hallo hallo ja endlich mal wieder eine vernünftige knarre und noch ein zombie das gibt ordentlich thalas das war nicht hier weil ich lauf dir mein der und ich habe ich mich schon wieder zu weit entfernt hier das macht ja echt sinn die hinweise so schnell wie möglich aufzudecken ist am anfang so ein bisschen weil die gegner ja echt fix sind wo ist denn der einweist ist und wieder ach so da oben naja komm mal hier ich sehe ja mal ein bisschen die außenwand hier wie kommt denn da hin verdammt jetzt habe ich es glaube ich das gut es wird aber draußen ist ne leiter fleischkopf fleischkopf ich habe 20 schuss auf ihn abgesetzt der müsste auch wenn du auf ihn ballast gleich umfallen man hat einfach keine chance ich habe sieben patronen gewehr auf ihn geschossen sieben patronen pistole und ist immer noch hat mich denn noch trotzdem gekillt das nicht gut ich hab dich mal auf damit du nicht im dreck liegen muss ja das nett hier ist übrigens auch gleich so ein heilkit wenn du brauchst ja das wär gut ich fühle mich wie frisch geborene neu geboren genau ist ja fast das gleiche ja das ist frisch wie neu ne jetzt erzählen sie mir beim schlachter auch mal wenn ich fleisch kaufe ist das gammelfleisch ne das frisch wie neu man sollte aber auch nachladen hinter dir nächstlich na gut das haben wir sehr bravourös gelöst das war sehr gut ja das ist sehr gute arbeit gewesen ich mag diese waffe die ist echt super also diese leise pistole die ballern aber auch ziemlich weit hier links ja da ist das gewitter so jetzt kommt das sagt mutti nur gucken wo die hier rumlaufen wenn man sie sehen würde wäre das natürlich also kommt ihr denn auf einmal leer ich weiß nicht aber ich höre hunde das sind vielleicht die gegenwander hier gibt es auch heilung rechts falls du brauchst es gibt es hier unten auch munition ich glaube du hast ganz gut was verbraucht ja keines wird die treppe hoch hier die leiter hoch und dann ist da munition oben oh wie sie ballern ja 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 das ist hier drin ja das könnte sein aber das ist auch sehr nah das war wirklich sehr nah ach der karte aktualisiert sehr gut Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, was sagst du? Im Gebäude kurz warten, ob die hier rumkommen, aber ich denke mal nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die überhaupt in die Richtung gehen, aber das hört sich so an, ne? Ich weiß nicht, aus welcher Richtung meinst du schießen die? Aus dieser hier irgendwie. Ja, ich komme mal mit. Ich verstecke mich mal hinterm Scheinwerfer. Scheiße, hier ist ja richtig Dach. Das ist jetzt nicht uncool hier oben. Das stimmt. Jetzt hört man nix mehr. Nee. Gucken wir entweder, die kommen hier in unsere Richtung, oder? Wenn sie schießen würden, würde man wenigstens Mündungsfeuer sehen. Ja. Mal gucken, vielleicht. Mal los, ballag mal ein bisschen. Ich habe schon wieder eine Laterne gesehen, die da irgendwie rumbimmelt, jedenfalls da rumbaumelt. Und ich habe gedacht, das könnte ein Gegner sein. Und? Oh, ja, jetzt kommen sie. Das Gewitter. Ja, war nur eine Lampe. Ja, die Maps sind ja auch recht groß. Also, dass man... Hm. Mal gucken, da hinten ist ein dicker Gegner. Mhm. Wenn sie den messern würden, oder so, würde man das sehen? Ja, aber den messern sie bestimmt nicht. Das ist ja der Fleischklops. Wir können sogar den Suchschadenwerfer ausrichten hier, ne? Ja, aber leuchten die Dinger überhaupt? Weiß ich gar nicht. Also, du kannst doch auf jeden Fall ausrichten. F um den Suchschadenwerfer ausrüsten. Aber leuchten tun die gar nicht, ne? Nö. Ich bin mir nicht sicher. Nö. Okay. Ich bin mir niemanden mehr. Die warten bestimmt jetzt auch irgendwo einfach. Mhm. Okay, wenn's gleich heißt, ähm, da wird einer verbannt, dann waren die auf jeden Fall schneller als wir. Ja. Sonst können wir ja in die Richtung schon mal gehen, oder was? Ja, können wir machen. Dann geh ich mal hier runter. Ja, ich sehe auch kein. Dann da überall Zombies. Da müssen sie theoretisch reagieren. Oh, da ist eine Schwarm Mutti. Oh. So, da war's. Ja. Und sehr leise, sehr geil. Ich guck mal, ob's eine Hohenkommunition gibt, oder so. Mhm. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, scheiße. Jawohl. Den haben wir es gegeben. Oh, wie wir es ihm besorgt haben. Oh, jetzt mal an sie wieder. Mhm. Lauf ich überhaupt richtig rum, ja, ne? Ja. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich auch nicht. Ach, jetzt sehe ich sie. Ich mache sie kalt. Ja, töte sie. Ja, bist du. Oh, die ist echt übel, diese Mutti. Hat er diese Spritze. Oh, scheiße, da sind sie. Ach du meine Güte. Wie viel, wie viel sind das? Ich bin jetzt dabei. Okay. Okay. Sieh's. Alter, warum treffen die denn immer? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab den gesehen. Ich hab auch gerade abgedrückt. Er ist bei mir gerade schräg gegenüber. Ja, ja, ich wollte dir ja zugucken. Ja, einmal hab ich den getroffen. Vielen Dank.